Perfekt Player Vom Speed her würde ich gerne Mark haben. Ich habe einfach das Gefühl, dass der aus der Ecke und auch aus der Kurve kommt der blitzschnell raus. Ich würde gerne einen von Pertou haben. Einfach so wendig ist und alles kommt. Ganz klar eine Kurve. Splitzen am Stock. Also was der einmal macht, ich versuche es einmal anzumachen. Unmöglich. Ich würde auch sagen, die Kurve. Die Kurve hat einen guten Schuss. Du Bo. Er ist schon ein richtiger One-Timer. Er ist immer gefährlich, wenn er schiesst. Also gefährlich nicht. Aber es kommt auch eine rechte Klappe, wenn du vor dem Goal stehst. Geroni. Geroni. Geroni ist recht tough. Also auf dem Eis. Er ist ein Spieler, den du nicht gerne gegen ihn spielst. Ganz klar Pertou. Man sieht es in dieser Linie mit Marco und Pertou. Pertou macht das Spiel und Marco klebt es rein und sieht einfach alles. Schneeberger. Ganz klar. Er ist ein richtiger Streber hier. lindo sigh. Macht genug rum? Err.